Gut, machen wir weiter mit zwei neuen College-Jakten, natürlich bei 6 p.m. zugeschlagen. Hey Leute, was geht ab? Maxi mit einem Schatten. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, lang hat es gedauert, viele haben es sich gewünscht, jetzt ist es finally soweit. Ein kurzes Update, kurz, ich will nicht sehen, wie lange das Video geht, meines Kleiderschranks. Wie ja einige von euch wissen, gab es 2019, Dezember 2019 oder so, oder war es schon zwei? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Gott sei Dank, vergesse ich das so schnell, wann das war. Aber ihr wisst, ein Schicksalsschlag in meinem Leben, um es jetzt mal so zu formulieren. Bei mir wurde ja eingebrochen, ich wurde ausgeraubt und so ziemlich jedes Ding, das irgendwie einen Preis hat, wurde aus meinem Kleiderschrank entwendet. Wie ihr wisst, die Täter wurden nie gefunden, der Schaden war groß, die Versicherung hat wenig übernommen. Schaden war bei, ich glaube, 20.000 Euro, 25.000 Euro, stimmt 25, weil sie haben auch viele elektronische Gegenstände mitgehen lassen. Das soll jetzt aber gar nicht das Thema sein, sondern, ja, wenn etwas fehlt, muss man den ganzen Stand natürlich wieder aufstocken. Wir haben in letzter Zeit auch einiges gekauft in unterschiedlichen Shopping Streams und Shopping Blogs. Und jetzt gibt es ein Update, was ist alles in dem Kleiderschrank. Die nicesten Sachen, das kann ich jetzt schon mal spoilern, die in dem Kleiderschrank hängen, sind natürlich die neuen Dinge von der neuen Kollektion von MEM. Da ist es bald soweit, Freunde, Mitte November ungefähr Richtzeit. Wir wissen mit der Produktionsstelle, da weiß man nie, ob das alles so hinhaut. Wir arbeiten da natürlich noch dran, aber richtet euch auf dieses Datum. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Die ganzen Fits gibt es natürlich auch auf Instagram, also auf Instagram vorbeischauen. Da habe ich die Klamotten dann auch mal an und da sieht man, wie das Ganze in Action ausschaut. Ich nehme jetzt mal das Ding runter, kurze Führung durch meinen Room. Werden wir uns eigentlich sparen, weil die meisten von euch kennen meine Wohnung ja schon, da hat sich jetzt nicht sonderlich viel getan. Außer, ja, Schuhschrank hat sich natürlich einiges gemacht, also wenn ihr ein Sneaker-Update wollt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wie man hier sehen kann, tut sich natürlich auch immer wieder einiges. Und die Hosen, Freunde, das ist eine Katastrophe, ich habe einfach viel zu viele Hosen bestellt, das ist nur die Hälfte. Die andere Hälfte hängt da irgendwo drin, also da werde ich nicht viel quatschen. Was ich immer wieder von Freunden höre, die zum ersten Mal bei mir zu Hause sind, ist, wie groß dieser Kleiderschrank eigentlich tatsächlich ist und wie klein er in Videos wirkt. Wenn ich da mal nach hinten gehe, kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß das Ding tatsächlich ist. Die Wände sind circa, also die Decke ist circa 4,50 Meter hoch und der Schrank ist nochmal so 5 Meter breit, also da ist einiges untergekommen. Wenn ich das jetzt so halte, kann man sich das vielleicht, ja, am Video kommt das einfach nicht so raus, aber wir haben hier noch einige Boxen, die sind natürlich bis oben hin voll und da oben ist auch noch einiges verstaut, das ich sonst nicht anziehe. Ich werde in dem Video heute ein paar meiner Lieblingspieces herausnehmen, euch die zeigen, was ich mir so geholt habe, auch vieles, was in Unboxings vielleicht noch nicht vorgekommen ist und euch erzählen, warum ich das gekauft habe, beziehungsweise was mir dran am besten gefällt. Zur Summe, ich weiß, das interessiert immer sehr viele, ich habe grob durchgerechnet, im Großen und Ganzen sind so 20.000, 25.000 Euro an Kaufpreis, also nicht Resale-Wert, sondern was ich dafür bezahlt habe, ist natürlich sehr, sehr viel Geld, das ist mir bewusst, aber es ist auch irgendwo so ein bisschen mein Job und eine große Leidenschaft. Manche sammeln Autos oder Briefmarken oder sonstiges oder Pokémon-Karten, Papa Platte, kaufst eine Pokémon-Karte für 11.000, ein ganzes Deck für 11.000 Euro, ich kaufe mir halt gerne Klamotten. Also ich weiß das natürlich zu schätzen, wie viel das auch kostet und mir ist auch bewusst, dass das nicht viele sich leisten können. Was ich dazu sagen muss, der Kleiderschrank besteht nicht nur aus Marken, also da sind auch sehr viele Basics und auch sehr viele günstige Dinge dabei. Mir ist nicht wichtig, dass alles Marke ist und dass alles besonders teuer ist, ich muss nicht mit jedem Ding flexen, sondern die Gesamtkombination einzelner Outfits muss natürlich wichtig sein, das seht ihr aber natürlich dann auch auf Instagram. Ich werde jetzt mal so ein bisschen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich rausnehmen soll. Ja, es ist natürlich auch viel Schrott dabei, also das kann ich auch sagen. Ich werde auch einiges aussortieren, das ist so ein Ding, das habe ich mir im Sommer eingebildet, weil es halt flashige Farben hat, aber habe ich einmal getragen und dann die wieder. Mit dem schaust du im Endeffekt nicht stabil, sondern mehr nach einem Stabilo-Stift aus, also von dem her, das kann man weggeben. Ich werde noch einiges aussortieren. Das ist so ein Ding, das habe ich mir vor kurzem gekauft von Formi Studios, heißt diese Marke, ist glaube ich mittlerweile Sold Out. Habe ich auch noch nicht getragen, es sind sehr viele Dinge dabei, wo noch das Etikett dranhängt, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, das zu tragen. Weiß ich noch nicht, was ich von dem Ding halten soll, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt, aber ja, nicht so wirklich mein Fall. Schreibt mir gerne Feedback zu den einzelnen Pieces runter. Das hat mehr so, ja, keine Ahnung, das hat so ein bisschen Nostalgie schon, dieses Ding, habe ich damals geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag und von Geschenken trennt man sich nicht, dementsprechend habe ich das noch. Wichtig ist natürlich auch im Kleiderschrank, das sieht man hier, das ist nach Farbe sortiert, das ist jetzt echt so ein Ding, das kann jeder zu Hause machen, weil es einfach clean aussieht. Ich habe im Hintergrund noch so eine Beleuchtung mit so Leuchtstoffröhren, es soll halt quasi diesen Kaufhaus-Flair vermitteln und allein bei euch zu Hause, wenn ihr das nachmachen wollt mit diesem nach Farbe sortieren, das gibt dem Ganzen schon einen cleaneren Look und dient halt gleichzeitig auch als Hintergrund für meine Videos. Weil mich sehr viele fragen, wo ich dieses Ding her habe, das ist eine Maßanfertigung, ganz interessant zu sehen vielleicht. Das steht hier nicht am Boden oder so, sondern das ist einfach hier hinten montiert an der Wand und ist freischwebend, einfach mit so zusammengeschraubten Balken. Ich habe, wo das installiert wurde, mir gedacht, der Platz ist ausreichend, zwei Jahre später wurde ich eines Besseren belehrt, also den hätte man auf alle Fälle dann noch bis darüber machen können, aber ja, im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Und meine, schauen wir weiter. Ich nehme euch da einfach so ein bisschen mit, ich führe euch ein bisschen herum durch meinen Schrank. Ja, natürlich auch viele so Vintage-Dinge, wie diese Lederjacke, die ich von meinem Vater bekommen habe. Das ist von RGA in X-Large, das ist Echtleder. Das sind halt so einzelne Pieces, die wirklich ganz nice sind, auch so ältere Dinge, wie zum Beispiel auch diese Adidas Vintage-Jacke aus den 70er Jahren, die finde ich auch ganz nice. Aber natürlich auch sehr, sehr viele neue Dinge, wie Represent, wo ich jetzt gefühlt jede Woche einmal pro Design zugeschlagen habe, wobei das eigentlich schon älter ist. Aber das Shirt zum Beispiel hatte ich ein einziges Mal an, finde ich aber, wie gesagt, vom Logo sehr, sehr nice, musste ich einfach zuschlagen. Bisschen farblich, weil ganz ehrlich, wenn man da rauf schaut, das ist oben diese komplette Einheit, das sind alles schwarze Hoodies zu Stonewashed, zu grauen Hoodies, zu weißen Hoodies, zu weißen Shirts, zu grauen Shirts, zu stonewashed Shirts, zu schwarzen Shirts. Also sehr viel Represent natürlich auch dabei, wie diese Jacke, die habe ich mir jetzt vor kurzem geholt, die finde ich ganz nice, weil die relativ dick ist, das ist gesteppt innen und sehr gut, das ist der Lieferschein. Heute sind die ganzen Magnetboxen angekommen, wie ihr wisst, von den letzten Kollektionen werden die MEM-Produkte alle in einer hochwertigen Magnetbox verschickt. Gut zu wissen, da haben wir heute zart bis deppert. Hätte mir irgendwann einmal jemand gesagt, dass ich über 5000 Euro für Magnetboxen ausgeben werde, hätte ich ihn gefragt, ob er deppert ist. So schaut's aus. Das ist so auch so ein älteres Ding, das hat so richtig diese Oldschool-Vibes, das ist eine alte US-Army-Jacke, die ich irgendwie vor, keine Ahnung, in meiner Skater-Phase vor 10 Jahren mal gekauft habe. Da war hinten dann noch so ein fetter Patch von him, das war so meine, ja, Punk-Skate-Zeit, also ganz, ganz nice Ding, habe ich abmontiert, trage ich heute gerne noch ab und zu, wenn es zum Outfit dazu passt. Ja, weil wir auch von so Hype-Dingen gesprochen haben, das ist natürlich auch so eine Jacke, eine Supreme The North Face Jacke, die habe ich damals viel zu teuer für, ich glaube, 900 Euro gekauft, die ist jetzt, weiß ich nicht, was wert, 400, 500 Euro, I don't know, aber will ich mich einfach nicht davon trennen, weil den Preis kriege ich nie wieder und wenn es mal regnet, bin ich froh, dass ich die habe. Hemden, bei mir eher spärlich gesehen, das einzig oder eins der wenigen, das ich habe, war dieses Represent-Hemd, das ich mir vor kurzem gekauft habe in einem Shopping-Stream, finde ich ganz nice, was bunt und fleischig ist und wenn ich mal Hemd trage, greife ich gerne zu dem. Bunt und fleischig geht es weiter mit diesem Misbehave-Shirt, auch das nicht allzu oft getragen, das ist ein Hoodie, den ziehe ich sehr, sehr gerne an, der ist von Gift of Fortune, gerade im Sommer und so, wenn es mal ein bisschen kühler wird, finde ich den schon mega mit dieser Farbe. Don't know, Leute, fragt mich nicht, wo ich diese Sachen her habe, ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt, den habe ich wirklich, wirklich schon lange. Der war auch nicht teuer, ich glaube, I don't know, 80 Euro oder so, Misbehave-Shirt, weiß ich auch nicht mehr. Preise, Freunde, mittlerweile vergesse ich die alle. Auch den Misbehave-Hoodie ein einziges Mal getragen, das ist auch so ein Ding, von dem ich mich vermutlich bald trennen werde. Ich habe einfach das Gefühl, als hätte ich zu viel und ich habe gern etwas weniger irgendwo, wisst ihr, was ich meine? Also ich trenne mich irrsinnig gern von Sachen, fühle mich befreit, wenn es dann wieder ruhiger ist in meinem Kleiderschrank und weniger Dinge hängen, dann bin ich, das ist wie eine richtige Entlastung für mich auch. Da haben wir witzigerweise wieder ein Hemd, das habe ich damals in New York bei Bonbon oder so gekauft, das war auch sehr, sehr günstig, wenn ich mich mal an den Dresscode von anderen anpassen muss. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal zu dem Hemd gegriffen habe, ehrlicherweise, aber das war so ein klassisches Ding, dann noch mit irgendeiner Jacke drüber, I don't know, irgendwie so den beiden. Damit hätten wir schon die, es wird ja schon wieder viel zu lang, dieses Video, aber wir haben jetzt die untere Etage abgehakt, natürlich zeige ich nicht alles her, sondern nur so ein paar Dinge, die ich ganz nice finde. Wir gehen direkt rüber zur, es ist halt sehr viel schwarz und weiß, ich feiere einfach kleine Farben, don't know Leute. Aber da geht es halt ab, keine Ahnung, da ist halt jedes Ding irgendwas da oben. Also ich nehme da jetzt, ich versuche möglichst wenig herauszunehmen, ich weiß nicht, wie lang dieses Video sonst wird. Ein Ding, das neu dazu gekommen ist, mit dem habt, da hat es noch gar nichts gegeben, das hat noch niemand von euch gesehen, das ist ein Chrome-Harts-Shirt, doch, im Shopping-Blog habe ich das geholt, das finde ich ganz nice, habe ich aber noch kein Foto auf Instagram mitgemacht, man muss aber dazu sagen, die Quali ist kacke. Also ganz ehrlich, Quali ist kacke, Look ist ganz nice, ist halt so ein typisches Hyped-Piece. Ja, klassisch Balenciaga-Hyped, Mastercard-Design, natürlich auch sehr viel aus den alten Kollektionen von M.E.M., wie dieses Jack the Ripper-Shirt, ein Adder-Error-Shirt, das ich ziemlich feiere, mit so einem ewig langen Backprint, habe ich natürlich aufmerksam durchgelesen und auswendig gelernt, das finde ich ganz cool, weil es clean ist und weil der Stoff sehr interessant ist, also ich habe so einen Stoff tatsächlich noch nicht gefühlt, weiß nicht, ob das was für meine Kollektion wäre, ich glaube eher nicht, weil es ist witzig, sowas zu haben, aber ich brauche es nicht bei jedem Shirt, so irgendwie, dieser Wahl. Was nicht fehlen darf und was ich unbedingt viel mehr davon hätte, ist dieses alte Etat-E-Shirt, ich habe gefühlt 10 Etat-E-Shirts auf Willhaben bestellt, das war das Einzige, das tragbar ist, der Rest waren die irgendwie so entweder Kinder- oder Frauengrößen oder es war überhaupt fake, aber das ist wirklich nice, auch die Quality, die Quality, man kennt es, die Quality bzw. Qualität ist sehr, sehr gut, auch die produzieren in Portugal und Top-Top-Shirt trage ich immer wieder sehr gerne, eins von den Dingen, die ich öfter trage. Das ist jetzt ganz neu dazugekommen, das war so ein richtig, also das musste ich einfach haben, Props gehen raus an Aschraff für dieses Design, das neueste Shirt von 6PM, ganz, ganz wildes Ding, bin schon gespannt, werden safe die ersten Fotos damit dann auf Instagram folgen. Ja, da hängt halt ewig viel Repräsent-T-Shirts, ich habe keine Ahnung wie viel Repräsent-Shirts, also wie ApoRed sagen würde, ich habe Knacks bekommen und einfach bestellt, 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 jede Woche, viel zu übertrieben. Da wieder Repräsent, Repräsent, auch zwei Designs, die ich absolut feier, auch jetzt so nebeneinander, schaut schon wild aus, also farblich sehr cool auf diesem Vintage-Weib unterwegs. Wow, wow, fuck man, Alter, ich schwitze. Vetements natürlich auch einiges am Start, in der weißen, in der weißen Etage dann auch Shirts, die ich sehr, sehr cool finde, Vetements allgemein eine Marke, die ich wirklich sehr bewundere und wo ich die Sachen auch immer wieder sehr nice finde. Wow, fuck man. Rick-Own-Shirt habe ich mir damals eingebildet, ich glaube, das hatte ich ein einziges Mal an, man sieht hier, wie oversize das Ding überhaupt ist, finde ich aber ganz cool, weil ich den Stoff und vor allem die Art des Kragens sehr, sehr interessant finde, auch hier ist so eine Art, also spannendes Ding auf jeden Fall, auch hier natürlich den Text aufmerksam durchgelesen und auswendig gelernt. Ah, ah, fuck. Ja, Travis Scott hängt da natürlich auch relativ viel, das sind so Dinge, die hat man einfach mal mitgenommen, wo der Fit ganz cool ist, weil es sehr oversize ist, aber Qualität muss man sich da jetzt nicht unbedingt die Beste erwarten, also nicht so wie bei M&M zum Beispiel. Ah, okay, komm, Alter, das ist ja nicht mehr lustig. So, kein Bock mehr, Gucci hängt da noch und viele Stussy-Shirts, die ich jetzt gekauft habe. Ah, uh, was haben wir da wildes, kommt das vielleicht auch bald? Ah, ich mag nie mal. Ja, da noch ein Amiri-Shirt, das ich sehr, sehr gerne trage, weil es wirklich schlicht gehalten ist, sehr dünner Stoff, finde ich aber gut bei dem Shirt. Dann ja, so Klassiker wie Off-White, das ich vor kurzem geholt habe, das finde ich aber ganz nice, ja, das habe ich mir vor kurzem geholt, finde ich nämlich sehr cool, denn das Ding kann man tatsächlich wenden, weil hier drin nochmal ein Print ist und dann gibt es so diesen Reverse-Look, also sehr, sehr fein und zwei Hoodies in einem, wer kann dann einen sagen? Habe ich erwartet, noch nie getragen. So, gehen wir weiter, ich mag nicht mehr, es ist anstrengend, ich schwitze und es ist... Und das Video geht sowieso zu lange, wer sollte sich das alles anschauen? Okay, gut, machen wir weiter mit zwei neuen College-Jacken, natürlich bei 6pm zugeschlagen, habe mir das heute geholt und fuck, wie dick ist diese Jacke, einfach auf Winterjacke angelehnt, sehr, sehr feines Ding, aber auch sehr cool, etwas dünner gehalten ist, diese Jacke von Barbeu, heißt die, auch sehr schlicht, auch sehr cool, mit weniger Farben, zwei Top-College-Jacken, sind auch meine einzigen zwei tatsächlich, oder? Keine Ahnung. Ist natürlich auch viel in der Wäsche, also I don't know. Die Winterjacken hängen aber nicht, die hängen draußen, das wird den Rahmen sprengen. Haben ja genug Videos gemacht in letzter Zeit. Okay, gehen wir zu den Hoodies. Der Kleiderschrank wurde so gebaut, dass ich auf Zehenspitzen steigen muss, das ist nach so einem Brusttraining hat schon Rahmen strengt. Okay, sehr viel Stonewashed, sehr viel Stonewashed. Ich liebe Stonewashed, extrem viel Stonewashed. Ich gehe sicher nicht auf alles ein, aber Yeezy, so Basic-Geschichten, natürlich auch so Dinge aus der allerersten Kollektion von MWM noch am Start, also spannend. Da ein Represent-Hoodie, den ich ganz nice finde, aber den habe ich in XL gekauft, der ist bei den Ärmeln zu lang und unten zu cropped und nicht mehr so der Fan von den Represent-Hoodies aktuell. Keine Ahnung, 180 Euro, so, ich sage die Preise nicht, weil ich sie alle vergessen habe. Nein, ich habe sie eh nicht vergessen, aber die genauen Preise kann ich nicht mehr, das wird dann noch länger dauern. So, was haben wir noch am Start? Ja, natürlich auch ein sehr begattetes, ein heiß begehrtes Ding aus der letzten Kollektion, der Boston Tea Party Hoodie, weil viele gemeint haben, das sind 2T, nein, das ist tatsächlich ein Y, liebe Leute, und auch hier nochmal mit dem Boston Tea Party Print hinten, auch der ging sehr gut, aber vor allem die nächste Kollektion beinhaltet noch viel spannende Designs, also seid auf alle Fälle am Start. So, schon langsam neigen wir uns dem Ende zu. Ah, Misbehave des Todes bestellt, also ich habe die Hälfte der Misbehave-Dinge gar nicht hergezeigt, wie dieser Shirt zum Beispiel, da hängen teilweise immer noch die Tags dran, weil einmal angezogen passt irgendwie nicht, aber dann doch nicht zurückgeschickt, keine Ahnung. Was ist so ein Ding, das fahre ich über extrem? Das ist vom Fitter Bombe, hat so spannende Dinger drauf, im Video habe ich das getragen, viele haben geschrieben, warum ist die Kamera unscharf, aber das ist tatsächlich dieses Design, das ist von dieser Rave Edition, von dieser Rave Kollektion, also das auch ein verspieltes Ding, was ich aber sehr vereinfacht habe. Bist du fett, Alter, ich mag ihn. Zwei meiner Lieblingsdinge aus der Stonewashed-Abteilung, sehr, sehr cool, dieser schlichte Amiri-Hoodie, den ich sehr, sehr gerne trage, weil der fit nice ist, und natürlich auch diese Zip-Jacke, die ist mega, mega fresh, habe ich natürlich auch ein Shirt davon, wie ihr vorher gesehen habt, aber die finde ich echt top, und auch hoffentlich wird es bei der übernächsten Kollektion, dann März, Februar, um den Dreh, einen Zip-Hoodie bei M.E.M. geben, also seid auf alle Fälle am Start, Skate-technisch natürlich auch einige Marken vertreten, wie zum Beispiel hier dieser Stussy-Sweater, aber auch den finde ich wirklich, wirklich nice, der ist von der Skate-Marke Welcome, mit einem sehr, sehr geilen Backprinting da hinten, für 80 Euro oder so erstanden, also ich gehe auch immer wieder gerne in Skate-Shops, lasse mich da inspirieren und staube auch immer wieder gerne Dinge ab, die da im Endeffekt im Schrank landen, und ich die nicht anziehe, das ist tatsächlich ein Struggle, ich muss das einfach eingrenzen, beziehungsweise mich von Sachen trennen, wie viele Shaded London-Hosen habe ich mittlerweile, also es ist einfach übertrieben, und das ist jetzt überhaupt kein Flex oder sonstiges, sondern es ist, ich muss mich tatsächlich jetzt zukünftig mehr einschränken und nicht jedes Mal, wenn ich was nice finde, das Ding kaufen, weil es wird einfach zu viel, es wird einfach zu viel und es ist unnötiges Geld ausgeben, fuck man, wie sehr schwitze ich schon. So, jetzt sind wir endlich am Ende, oder, was nehmen wir da jetzt noch raus? Nix mehr, oder? Scheiß drauf, da haben wir nix mehr, oder? Na, sind wir fertig, ich will immer, das ist ja echt fertig, sehr viel, sehr, sehr viel hier am Start, liebe Leute, sehr viel Schrott auch, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, aber wir werden uns bald von einigen trennen, dann ist wieder Platz für Neues, aber nicht für mehr Neues, sondern es soll auch Platz bleiben für die neue Kollektion. Freunde, wie oft habe ich jetzt eigentlich für MEM geplagt in dem Video, können wir unten an Account einrichten, Dankeschön. Das war's von diesem Video, wenn es sich gut gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, und schreibt mir in die Kommentare, welches Ding ihr am meisten feiert, und welches ihr absolut Kacke findet, würde mich auch interessieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute, nicht vergessen, letzter Plug für MEM, bald ist es soweit, und auch nicht vergessen, die Dinge getragen, sieht man dann auf meinem Instagram, also schaut auf alle Fälle rein. Das war's von mir, liebe Leute, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder, mit einem weiteren spannenden Video. Das war's von mir, euer Max Mille. Das war's von mir.